hallo und herzlich willkommen zu den intune pilots eurem deutschen kanal rund um microsoft endpoint manager neben mir sitzen habe ich meinen lieben kollegen den aron stiller servus aron servus andreas grüß dich so du hast uns heute wieder was mitgebracht ich glaube so in der folge der wie binde ich mein mdm an geht es heute weiter in richtung android sehr gut ne ganz genau heute geht es um das thema anbindung oder einbindung von android geräten wie können wir dafür eigentlich die basis legen und welche möglichkeiten ergeben sich überhaupt daraus dazu gehen wir noch mal auf unsere endpoint management umgebung und unter dem punkt der devices enroll devices hatten wir uns ja schon über das thema der windows enrollment unterhalten wir hatten uns auch schon über das thema vom apple enrollment unterhalten welche möglichkeiten es damit dann auch gibt und in den nächsten videos bauen wir das ja auch noch weiter aus wollen allerdings jetzt in diesem video zunächst einmal zeigen wie die basis für das android enrollment legen können in summe recht simpel gemacht wie gehen wir da nämlich vor wir sehen hier wir haben das android enterprise unsere prerequisites in dem wir eine verbindung ein connect zwischen unserer endpoint management umgebung und der gemanagten google play aufbauen dazu brauchen wir einen account entsprechend angelegt wird denn dadurch erhalten wir danach die möglichkeit verschiedenste enrollment profiles anzuwenden wir sehen die sind jetzt aktuell noch für uns ausgegraut die wir dann für das enrollment der geräte unter berücksichtigung der verschiedenen nutzungsszenarien stichwort bring your own device kiosk geräte unternehmensgeräte mit oder ohne persönliche nutzung darüber abbilden können was wir jetzt auch schon offen haben es an einerseits das android open source project was recht neu rausgekommen ist ist ja aktuell auch noch im preview dargestellt und der android device administrator der ist so auch schon offen den würden wir nur stand heute nicht mehr verwenden das ist die alte plattform zur verwaltung von android geräten unter intune alles neuere geht über android open source project beziehungsweise in produktiven umgebungen über die enrollment profiles hier oben was mache ich also jetzt als nächstes relativ simpel ich gehe auf meinen gemanagten google play sie hier status ist noch auf not setup habe auch noch kein google account damit verknüpft gehe dann auf agree zunächst und habe dann hier den punkt launch google to connect now wenn ich das auswähle dann sehen wir hier schon zeigt er mir mein android für die arbeit nutzen fenster an gehe dann hier einmal auf anmelden und dann möchte hier dass ich entweder ein bestehendes google konto angebe oder ein neues anlege wir nehmen jetzt das intune pilots konto dafür gehen allerdings hierfür dann zunächst auf konto erstellen dann für mich selbst für mein kind oder aber und das ist der punkt für uns für mein unternehmen fülle als nächstes die informationen aus kann das entweder über eine gmail-adresse machen oder du siehst das hier stattdessen meine aktuelle e-mail-adresse verwenden alles in allem gestaltet sich das hier tatsächlich ein stück weit einfacher wie die 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 android die ios verbindung wo wir doch ein bisschen mehr mit zertifikaten und so weiter hantieren müssen und dann dementsprechend auch so ein stück weit die die nachverfolgbarkeit der zertifikate sicherstellen muss dass das eben nicht abläuft und 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 ganz genau das entfällt hier an dieser stelle komplett ja das haben wir so gar nicht du hast auch gerade gesehen ich bin nochmal ins postfach reingegangen um den bestätigungscode hier einzutragen das ganze dann auch aus meiner seite zu bestätigen gibt hier dann noch optional telefonnummer und geburtsdatum ein also wie eine klassische registrierung für irgendein sonstiges formular was wir verwenden würden kann ich das auch hier nutzen jetzt habe ich in diesem szenario gerade meine meine e mail adresse dafür verwendet empfehlenswert wäre es natürlich sowas wie eine support adresse zu nehmen eine info ad oder sonstiges wo mehrere personen darauf zugriff haben ansonsten müsste ich die registrierung an dieser stelle nochmal neu durchführen wir nehmen jetzt hier die express personalisierung solche freigaben und bestätigen das kriegen auch hier nochmal die datenschutzbestimmungen und jetzt könnt ihr euch ein unternehmensprofil einzutragen das brauchen wir erst mal nicht ist für unser import management erst mal unerheblich und jetzt wurde aus jetzt anmelden einen jetzt testen dann gehen wir hier den namen des unternehmens an intune pilots er hat auch schon mit den richtigen anbieter für das enterprise mobility management eingetragen das markt auf intune das bestätige ich wiederum und dann bin ich hier noch in der situation datenschutzbeauftragten und einen eu bevollmächtigten einzutragen wenn ich das jetzt hier leer lasse und auf bestätigen gehe dann schließe mir die registrierung trotzdem ab wozu könnte ich das denn eintragen das ganze wird für uns in unserem gemanagten google play account hinterlegt stichwort dsgfo konformität und co wäre das eine voraussetzung an der stelle dass wir das mit eintragen für unsere dem umgebung skippen wir das einfach und jetzt einrichtung abgeschlossen wenn ich jetzt auf registrierung abschließen gehe ich gehe wieder zurück in den endpoint management dann sehen wir hier hat gearbeitet und manage google play successfully configured with tenant wenn ich das nämlich schließe lädt er mir die seite neu und das sehen wir jetzt schon dass diese enrollment profiles die vorher ausgegraut waren jetzt für mich zur verfügung stehen perfekt wenn ich jetzt noch mal auf den manage google play gehe sehe ich nämlich hier den status der ist auf setup ich hätte die möglichkeit das zu disconnecten ja immer dann erforderlich wenn ich sehe okay der google account der jetzt hier hinterlegt ist meine intune pilot adresse mit dem registrierungs datum ist vielleicht von einem mitarbeiter oder einer person wo wir auf dessen account hat kein zugriff mehr haben deswegen ein hinweis mit support oder info adresse und ab jetzt haben wir die möglichkeit die verschiedensten enrollment profiles anzuwenden okay die enrollment profiles noch einsatz vorweg die definieren entsprechend wie das gerät registriert wird und welchen status es am ende erhält nämlich ob es ein byod gerät ist das wäre das hier zum beispiel somit ein privates gerät oder ob es eins der unternehmensgeräte mit verschiedensten anwendungszwecken ist aber auch das erklären wir dann in einem der nächsten videos weiter im detail super also im prinzip doch viel viel einfacher und schneller obwohl eigentlich recht schnell ging aber doch einfacher und schneller wie ios und dementsprechend auch nicht so fehlerbehaftet dass man nach dem jahr eben gegebenenfalls den auslauf des zertifikats hat finde ich finde ich eigentlich eine gelungene lösung obwohl ich ja doch eher der 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 apple jünger bin bei vielen vielen dingen aber das macht lust auf mehr wissen zu den profilen beim nächsten mal aron ja super aron dir vielen vielen dank euch vielen dank fürs zuschauen ich hoffe wir konnten euch ein bisschen erhellen mir hat schon ein stück weiter geholfen vielleicht doch mal das eine oder andere android gerät in der in dem unternehmen auszuprobieren wer weiß vielleicht taugt es ja doch irgendwas wenn es euch gefallen hat lasst einen like da unten auf die glocke aron dir nochmal vielen dank und euch bis bald schaut wieder rein ciao ciao machs gut ciao